AppointMate wurde im Jänner 2016 gegründet. Leider konnten wir unser kleines 5-Jahre-AppointMate-Jubiläum coronabedingt nicht feiern. Das wollten wir im April 2022 gemeinsam mit unseren ersten Kundinnen und Kunden nachholen. Das Event sollte allerdings auch zu uns und zu unserem Unternehmen passen. So kam es also, dass wir uns am Flugplatz Wiener Neustadt trafen und gemeinsam sollte es hoch hinaus gehen. In diesem Sinne anschnallen bitte, die Liegen in eine aufrechte Position bringen und viel Spaß beim Videoschauen! Wir haben am Anfang relativ schwere Jahre drinnen gehabt, so 2017, 2018, bis es dann dort irgendwann einmal angefangen hat, über die Kundenzahl auch zu wachsen. Und mittlerweile macht es mehr Spaß, als dass es Stress ist und das ist schon sehr angenehm. Wir wollten von unseren Kundinnen wissen, warum sie sich damals für AppointMate entschieden haben und was die Beweggründe dafür waren. Für AppointMate habe ich mich entschieden, weil es mir wichtig war damals, eine innovative Softwarelösung zu finden und eine, die auch ein österreichisches Unternehmen produziert hat. Und das war mir wichtig. Ich habe mich für AppointMate entschieden nach einer Testphase und habe eigentlich sehr die mobile Funktionalität geschätzt, weil ich sehr viel unterwegs bin in Österreich auch. Das ist einfach nach wie vor ein sehr, sehr gutes System. Deswegen, weil wir mit unserer alten Software eigentlich nicht so zufrieden waren und eigentlich etwas Neues gesucht haben, damit wir unsere Therapeuten bzw. den Ablauf mit den Patienten einfach besser gestalten können. Weil es eines von den Angeboten war, die mir am besten gefallen hat, wie eigentlich der Kundenkontakt war, war einfach von Anfang an sympathisch. Das hat ein Kollege aus der Praxis empfohlen. Also es war gar keine aktive Entscheidung, sondern ich wurde gezwungen und bin aber sehr, sehr zufrieden, dass ich die Praxissoftware damals genommen habe. Was halten Kundinnen in der ersten Stunde eigentlich von der Entwicklung von AppointMate? Was mir positiv aufgefallen ist bei AppointMate, ist, dass es von Anfang an eine innovative Geschichte war und die Prozesse optimiert wurden. Das ist das, was ich sehr positiv finde. Was mir besonders gut gefällt, ist, dass die Software einfach sehr intuitiv ist. Das heißt, wenn ich eine neue Kollegin einschule, muss ich nicht sehr viel erklären, sondern durchs Durchklicken ist es recht gut verständlich. Positiv natürlich, weil viele Features dazugekommen sind und weil die umfassenden Dokumentationsmöglichkeiten und patientennahe Gestaltung von der Software immer besser geworden ist eigentlich. Also ich schätze an der Software AppointMate das Team, das dahinter steht, den persönlichen Kontakt zum Team und dass eigentlich immer wieder Updates eingespielt werden, die mir in der täglichen Praxis wirklich helfen. Es würde mich freuen, wenn Sie einfach so weitermachen würden, die Motivation, sich zu verbessern, beibehalten und auf das eingehen, weiterhin, was die Kunden wollen und daraus besser das machen, was halt so im möglichen Rahmen ist. Welche Eigenschaften beschreiben man PointMate am besten? Ja, PointMate würde ich beschreiben als sehr innovatives Unternehmen. Flott, unkompliziert. familiär, einfach zu bedienen, modern, lässig und mobil, umfassend, organisiert. Für die Zukunft wünsche ich mir, dass wir das Unternehmen wachsen lassen können, ohne dass wir jetzt großartig Personal aufnehmen müssen, das Team vergrößern müssen, diese ganze Organisation vergrößern müssen, aber trotzdem die Kundenanzahl weiter steigern können. Aus unserer Sicht war dieses besondere Event ein voller Erfolg. Also ich finde es großartig. Ich bin jetzt auch seit einem Jahr leidenschaftlicher Flieger, quasi, wie du vorhin gesagt hast. Ich glaube, dass wir diese Chance einfach gut genutzt haben, dass wir da jetzt auch Events machen können, die andere Unternehmen vielleicht nicht machen. Also wir wollen jetzt da keine Weinflaschen verschicken zum Jubiläum, sondern wir wollen halt auch ein Erlebnis bieten, das die anderen nicht so leicht tun können. Und wie sehen das unsere Gäste? Es war ein wunderschönes Event. Ich hatte das Glück, zweimal fliegen zu dürfen, einmal über den Schneeberg, einmal über den Neusiedlersee. Es war großartig. Das Event war super. Ja, war super. Ich würde auf jeden Fall nochmal kommen. So ein Flug, da kommt man nicht jeden Tag dazu. Also das Team-Event war wirklich toll. Und ich danke es herzlich dafür. Gerne wieder.